Nach dem historischen Wahlerfolg der FPÖ bei der Nationalratswahl am Sonntag kam es in der Nacht zu schockierenden Ausschreitungen und gewaltsamen Übergriffen gegen Politiker, Mitarbeiter und Unterstützer der FPÖ. Was als Feier des Sieges begann, verwandelte sich binnen weniger Stunden in ein Schlachtfeld politischer Aggression. In den Straßen Wiens, rund um den 1. und 9. Bezirk, wo die FPÖ ihre Wahlfeier abhielt, marschierte die linksextreme gewaltbereite Antifa auf. Ihr Protest entwickelte sich schnell zu einem gewalttätigen Mob, der sich gezielt gegen die Anhänger der FPÖ richtete. Was zunächst als Demonstration angekündigt wurde, endete in einer Welle des Hasses und der Gewalt. Politiker und Mitarbeiter der FPÖ wurden beschimpft, bespuckt und physisch attackiert. Sogar FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz konnte der Aggression kaum entkommen. Störenfriede versuchten, ihn bei seiner Ankunft anzuspucken, während sein Mitarbeiter von einer Gruppe Vermummter eingeschüchtert und umzingelt wurde. Besonders erschütternd war der Angriff auf eine FPÖ-Mitarbeiterin, die von Demonstranten mit einem Getränk übergossen wurde. Die Feier selbst wurde von Aktivisten sabotiert, die nicht nur Toiletten verstopften, sondern auch beschämende Nachrichten wie FPÖ-Verrecke und die Antifa ist überall hinterließen. Doch die Eskalation endete nicht auf der Party. Ein Mitarbeiter von FPÖ-Bundesrat Christoph Steiner wurde direkt vor seinem Wohnhaus überfallen und ausgeraubt. Auch wenn er körperlich unverletzt blieb, zeigt dieser Vorfall die bedrohliche Dimension der Gewalt, die sich nach der Wahl entfaltete. Christian Hafenecker, FPÖ-Politiker, berichtete ebenfalls von einem Angriff, als er von einer wütenden Menge als Nazi beschimpft wurde. Er konnte den Veranstaltungsort nur unter dem Schutz der Polizei erreichen, die durch rasches Eingreifen Schlimmeres verhinderte. Hafenecker zeigte sich in einer Pressemitteilung erschüttert und warnte eindringlich vor den tiefen Spaltungen, die solche Angriffe in der Gesellschaft hinterlassen. Er forderte, dass alle politischen Parteien diese Vorfälle aufs Schärfste verurteilen müssen, um die Grundfesten der Demokratie zu bewahren. Wenn wir als demokratisch gewählte Partei nicht mehr sicher auf den Straßen unterwegs sein können und unsere Mitarbeiter brutal attackiert werden, dann steht es wirklich schlecht um unsere Demokratie. Die Gewalt, die nach dem Wahlsieg der FPÖ ausbrach, ist ein düsteres Zeichen für die wachsenden Spannungen in Österreich. Das Land steht nun vor der Herausforderung, die Spaltung zu überwinden und sicherzustellen, dass der politische Diskurs nicht weiter in Gewalt und Hass von linker Seite abdriftet. Das Land steht nun vor der Herausforderung, die Spaltung zu überwinden.